Der BVB zeigte sich in der noch laufenden Transferphase äußerst fleißig. Bereits sechs Neuzugänge stehen auf der Einkaufsliste der Schwarz-Gelben. Im Tor neue Konkurrenz für Roman Bürki, der in der letzten Saison nicht immer den sichersten Eindruck hinterlassen hat. Sein Schweizer Landsmann Marvin Hitz soll nun den Kampf um die Nummer 1 im Tor neu entfachen. Der jahrelange Publikumsliebling des FC Augsburg kostete dem BVB ebenso keinen Cent Ablöse wie der zweite Neu-Torhüter im Bunde, Erik Oelschlägel. Oelschlägel ist die neue Nummer 3 und spielte zuvor bei Werder Bremen 2. In der Abwehr dürfen sich die Fans über Abdo Diallo freuen. Der Franzose überzeugte beim FSV Mainz 05 in der vergangenen Saison als Abwehrchef und wurde nun als Ersatz für Sokrates für 28 Millionen Euro Ablöse verpflichtet. Der aktuellste Transfer ist Achraf Hakimi. Der junge Marokkaner soll Lukas Piszczek auf der rechten Verteidigerposition Druck machen und wird für zwei Jahre von Champions-League-Sieger Real Madrid ausgeliehen. Als aggressiver Abräumer vor der Abwehr soll künftig Thomas Delaney agieren. Der Däne kommt für 20 Millionen Euro Ablöse von Werder Bremen und soll dem zentralen Mittelfeld mehr Stabilität verleihen. Zu guter Letzt sicherte sich der BVB noch die Dienste von Marius Wolf. Der Youngster von Eintracht Frankfurt soll die rechte Außenbahn beackern und kostete 5 Millionen Euro Ablöse. Diese Summe ist für den 23-Jährigen vergleichsweise ein Schnäppchen. Dass der Dortmunder Kader im Umbruch ist, merkt man auch an der Anzahl der Abgänge. Acht Abgänge sprechen eine deutliche Sprache. Die Namen der Abgänge sehr groß. Roman Weidenfeller beendete seine Karriere, Sokrates folgte Pierre-Emerick Aubameyang zum FC Arsenal und spülte immerhin 16 Millionen Euro in die Kassen. Noch mehr Geld brachte Andrei Jamulenko. Der Ukrainer wusste in seiner Zeit beim BVB nur in Ansätzen zu überzeugen und entschied sich nun für einen Neuanfang bei West Ham United in England. Dafür kassierte man immerhin rund 20 Millionen Euro. Deutlich weniger, nämlich 5 Millionen Euro Ablöse, verlangte der BVB für Gonzalo Castro. Der Mittelfeldmann sah seine Chancen auf ausreichend Spielzeit wohl schwinden und entschloss sich zu einer neuen Aufgabe beim VfB Stuttgart. Der schmerzhafteste Abgang war sicherlich der von Michi Batshuayi. Auch wenn es von Anfang an klar war, dass der Belgier nach seiner Laie zurück zum FC Chelsea muss, entsteht im Sturmzentrum nun die wohl größte Lücke im Kader von Neu-Coach Lucien Favre. Um diese Lücke im Sturmzentrum zu schließen, suchen die BVB-Bosse um Sebastian Kehl, Aki Watzke und Michael Zorc noch nach einem geeigneten Angreifer. Einer, der definitiv passen würde, ist Alvaro Morata. Wie Batshuayi steht er bei Chelsea unter Vertrag, ist bei den Londonern jedoch alles andere als grundum glücklich. Einzig die hohe Ablöse und der Gehaltswunsch des Spaniers könnten bei diesem Transfer ein Problem darstellen. Als Alternative schwirrt auch immer wieder der Name von Max Kruse über dem Signal Iduna Park. Der 30-Jährige, dessen Vertrag bei Werder Bremen 2019 ausläuft, soll angeblich noch einmal davon träumen, international zu spielen, nun stand schon letzte Saison auf der Einkaufsliste. Ein Stürmer mit großer Perspektive ist Kruse dagegen nicht. Die Gerüchteküche brodelt und das bei möglichen Abgängen noch mehr als bei den gerade genannten Zugängen. Favre will den Kader unbedingt verkleinern. Dazu sollen noch einige Spieler mit gültigen Verträgen den Verein verlassen. Kandidaten dazu gibt es genug. Sebastian Rohde spielt nach seiner langen Verletzungspause nahezu keine Rolle mehr. Das gleiche Schicksal hat auch Erik Durm. Der 26-Jährige kommt kaum noch zum Zug und hat nur noch ein Jahr Vertrag. Huddersfield soll stark am Außenverteidiger interessiert sein. Ein weiterer Kandidat, Jeremy Toljan. Er hatte weniger mit Verletzungen als mehr mit unkonstanten Leistungen zu kämpfen. Der Außenbahnspieler kam erst kürzlich für 7 Millionen aus Hoffenheim. Bei einem ähnlichen Angebot wäre man beim BVB jedoch auch nicht abgeneigt, den ehemaligen U21-Nationalspieler auch wieder ziehen zu lassen. Zu guter Letzt Nuri Shahin. Er gilt aufgrund der hohen Anzahl an zentralen Mittelfeldspielern auch als Kandidat, dem man wohl keine Steine in den Weg legen würde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Durchsendetreffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017